Ja, das ist ein Kreuz mit den chinesischen Gesichtern, wenn man da auch nur die Hälfte im Bild sieht. Aber jetzt Aufmerksamkeit für Zhang Li und Alexander, vergessen Sie schnell, liebe Zuschauer. Tsukahara, ein wenig steif gelandet. Tsukahara. Reicht die Puste jetzt noch für die letzte akrobatische Reihe? Für diesen Doppelsalto, ja, der war gar nicht schlecht. Und? Naja, Zhang Li. Inzwischen ist die Wertung da für Akzana Knischnik am Balken. 9,6.